Hallo, wir sind hier gerade im Volkspark Wittlesheim und shooten die neue Summer Collection für H&M und ich nehme euch mit auf meinem Content Day. So, let's go! Okay, next location. Wir haben gerade hier bei diesem wunderschönen Brunnen geshootet, in diesem Outfit und shooten wir dieses Kleid. Was ich eine halbe Stunde heute Morgen gebügelt habe und nach meinen Autofahr-Skills sieht es jetzt so aus. Wieder zerknittert. Let's go! So, ich habe jetzt das dritte Outfit an. Look number three. Look number three. Und ich liebe die Details, so sehr schön. So Perlmutmuscheln, auch hier in den Ohrringen, die die den ganzen Sommer anhaben. Und wir shooten jetzt hier im Volkspark Friedrichheim immer noch, aber im Garten, um den schönen Berliner Flair mit rein zu bekommen. Und zu zeigen, was für schöne Facetten Berlin auch hat. So, let's go! 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 So, let's go!